So meine lieben Freunde, viele fragen sich, was mache ich hier in Istanbul und zwar ist es ja bekannt, dass sehr, sehr viele Damen hier hinkommen, um Schönheits- und Beauty-Eingriffe zu machen und ich mache jetzt hier momentan den Vorher-Nachherz. Ich habe den Song gehört und ich sage euch eine Sache, das Video und der Song. Bruder, erste Sahne, ich schwöre es euch, ihr könnt euch wirklich auf was machen, das ist bis jetzt, hätte ich nicht selber dieses Jahr released, hätte ich gesagt, der beste Song, den ich dieses Jahr gehört habe, aber der ist auf jeden Fall sehr, sehr stark. Vielen Dank.